Mein persönlicher Friseur, ich gehe nie zum Friseur, wenn ich dann mal Zeit habe, dann gehe ich auf dem Schiff. Termin machen ist immer sehr gut gebucht. Dann kommen wir hier zum Spa-Bereich. Und hier laufen wir am Sportbereich vorbei. Guck mal, ich hoffe, dass hier irgendwas offen ist. Ja, genau. Auch ein megagroßes Fenster, wo man eine richtig schöne Aussicht nach draußen hat. Nicht mehr so leider, aber früher auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so. Ja, jeder noch, aber...